Zumal ein Beweis, dass wir diesen hier kennen und ich möchte euch zeigen, was hier ist. Ist das hier in mir was? Der Test. Ist das gut? Ist das gut? Das habe ich gesehen. Jetzt hoffentlich glaubt ihr mir das. Ich drücke noch so. Seht ihr das? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Glaubt ihr das? Das ist Gewicht gegen das, was ihr mögt. Glaubt ihr das? Ich kann nicht so weit über die Schulter. Das ist Kraft. Glaubt ihr? Ich sage nicht, dass es in Kampf funktioniert. Ich habe nur einen gesehen, den ich sofort habe. Bevor der andere überhaupt weiss, dass er wo kämpft, bin ich nicht in der Hand. Das wollen wir nicht kritisieren. Das will ich euch zeigen. Das zeigt in erster Linie für die Leute, die mich dann zu tun. Und das Ziel für euch ist, dass ich in Kampfkunft herbringe. Jetzt werde ich bei euch zeigen, dass ihr sofort in die erste Brühe packt, was du hast. Und er bis da. Okay, ich habe es dir nicht gut zu tun. Seht ihr, der ist dann ganz natürlich. Und der steht fest. Okay. Ich lasse den Schein sinken. Jetzt lasse ich den Schein sinken. Jetzt lasse ich den Schein steigen. Und sehen. Und jetzt gebe ich noch einmal elektrisch. Und die andere magnetisch. Und jetzt nehme ich nur zwei Finger zu Ende. Und dass ihr seht, dass ihr keinen Druck nehmen, nehmen wir es so. So. Jetzt könnt ihr sagen, die anderen zu lernen. Und jetzt sagen, merci vielen Dank. Das ist 40 Jahre Training, 40 Jahre Lieder, 40 Jahre Bösser.